Hast du Erfahrung bzw. was hältst du von Meditation und oder Akupunktur diesbezüglich? Meditation ist grundsätzlich Achtsamkeitstraining. So wie wir heute Morgen auch schon im Stretching besprochen haben, ist das ein Grundfundament für Wohlfühlen. Und wir haben einfach zu wenig Achtsamkeit, weil wir ja im Moment, also der jetzige Mensch in Mitteleuropa, vor allem in Deutschland, da ist es halt mit viel beschäftigt. Wir haben ja ganz viel Informationsgeln, die wir nutzen können. Wir bekommen ganz viel Input. Wir haben aber oft Phasen, wo wir keine Ruhe haben. Somit ist die Frage bei psychischen Belastungen, Belastungsstörungen, woher kommen die? Und in der Regel kommen die nicht einfach von so angeflogen, sondern das Gehirn hat was mitzutun. Hat oft auch damit was zu tun, dass wir den ganzen Tag ganz viele Gedanken haben. Das kennst du sicherlich auch, dass man den ganzen Tag über irgendwas nachgrübelt. Und jetzt ist die große Frage, wann hat unser Gehirn da Ruhe? Es hat nie Ruhe. Somit ganz klar Meditation. Also ist meines Erachtens nach mitunter so wichtig wie eine gesunde Ernährung. Weil was nutzt du das, wenn du dich gesund ernährst, wenn die Birne nicht funktioniert? Wenn die Sachen macht oder ein Denkmuster hast, was dir wehtut. Somit auch das gehört genauso mit rein. Achtsamkeitstraining, wie man eine Meditation macht, ist jedem selber überlassen. In die Ecke sitzen, HOM kann man machen. Man kann Musik dabei hören. Wir haben heute Morgen ein Achtsamkeitstraining gemacht durch autogenes Training. Ich habe dabei euer Gehirn abgelenkt. Das ist nur noch auf ein paar Sachen fokussiert. Ganz klar vorne mit dabei kann ich nur jedem empfehlen. Und zwar, wenn es geht, jeden Tag. Sich ein paar Minuten Zeit gönnen, ob das viermal fünf Minuten, einmal zehn Minuten, einmal 20 Minuten ist jedem selbst überlassen. Wichtig, dass ich es mache. Dass ich es regelmäßig mache. Hast du noch was gesagt gehabt? Das war Akupunktur. Akupunktur ist ja so, dass es seit über 4000 Jahren praktiziert wird. Und wenn das von so vielen Menschen praktiziert wird und das gut empfunden wird, dann ist da auch was dran. Ich habe das selber auch schon gemacht, Akupunktur. Faszinierend. Nur für mich ist es, für mich ergibt sich jetzt wieder die Frage, was ändert die Akupunktur am Ursprung? Das ist ja nur das Symptom behandelt. Das ist, finde ich, schwierig. Weil sich nur auf die Akupunktur zu verlassen, das muss immer parallel laufen. Unterstützend, ganz klar. Also ich habe eine, wo ich meinen Burnout gehabt habe, das habe ich auch ausprobiert. Das war faszinierend. Ich bin hingekommen beim ersten Mal mit einem Ruhepuls von 95. Hattest dauerhaften Ruhepuls von 95. Ich bin raus nach der ersten Sitzung mit einem Ruhepuls von 70. War faszinierend. Ja, weil das Signal kommt ja vom Nerv. Ja, aber warum macht der Nerv so dummes Zeug? Mit einer Nadel reingesteckt, Signal unterbrochen. Aber warum macht der Nerv so dummes Zeug? Das kommt von da oben. Das heißt, ich muss immer parallel arbeiten und mich nie auf eins verlassen. Natürlich, jeder, der sowas anbietet, hofft natürlich, dass du das nicht machst, sondern dass du nur die eine Sache machst, weil dann bist du natürlich auch finanziell in den Geburt, weil du immer hingehen musst. Es ist immer so, dass für mich das Wichtigste ist, ist immer die Ursache erforschen und gucken, woher kommen die und daran arbeiten parallel. Unterstützen die Symptombehandlung hervorragend, super. Aber immer überlegen, woher stammt die Ursache. Weil nur so wird man auf Dauer Ruhe bekommen. Fragen? Gut beantwortet? Okay. Noch jemand? Es gibt richtig gute, geführte Meditationen. Für den Anfang ist es einfach mal geführte Meditationen. Bei YouTube oder Spotify, Podcasts. Da habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Danke. Deswegen habe ich mein Medium gefunden. Mein Medium ist für mich diese Herzvariabilität. Weil für mich ist immer wichtig, dass ich sehe, wie ich mich verbessere. Weil ich kann ins Eck sitzen und meditieren, aber ich weiß noch, ob ich mich jetzt verbessere oder nicht. Da habe ich einen eindeutigen Parameter. Herzvariabilitäten, Trainingsgerät, ist so. Jeder Mensch hat eine sogenannte Herzvariabilität. Du musst dir vorstellen, das Herz schlägt und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis es wieder schlägt. Und das sind ja im Millisekundenbereich Unterschiede. Und es sollte einen gewissen Rhythmus geben. Du kannst einen Tanz, du kannst ja einen Tanz auch nur im gewissen Takt tanzen. Ansonsten ist es kein Tanz. Und so ist es beim Herz auch. Und da gibt es gewisse Parameter, wo du siehst, bist du jetzt gerade entspannt? Bist du sehr angespannt oder bist du in einem mittleren Bereich? Das ist ein Gerät. Da kann ich in die Gruppe mal einen Link reinsetzen. Wenn ich heimkomme, habe ich das zweite Gerät jetzt, weil ich das sehr interessant finde. Auch für meine Coaches. Und das ist dann ein Gerät, wo du es ans Handy anschließt. Das kannst du überall mit hinnehmen. Jetzt ist es so, dass ich den Rechner brauche. Du musst halt immer den Rechner anschließen oder das Laptop anschließen. Das kannst du aufs Handy nehmen. Du hast einen kleinen Ohrclip dran. Der misst den Puls am Ohr. Per Infrarot. Und dann hast du einen Bluetooth dran. Überträgt es aufs Ding. Dann siehst du ganz genau, was dein Herz macht. Und kannst dich konzentrieren. Und du siehst ganz genau, anhand von der Atmung lässt sich das steuern. Ich habe jetzt zum Beispiel heute Nacht sehr schlecht geschlafen. Habe heute Morgen meine Herzvariabilität anguckt. War furchtbar. Also immer so Zacken drin. Und ich habe Phasen drin, wo es so läuft. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, an was erinnert euch das? Jetzt geht nochmal her und denkt nochmal dran an die Pingpongbälle. Du kannst es immer eindeutig widerspiegeln. Da sind zu viele Pingpongbälle im Spiel. Deswegen ist das alles unruhig. Und wenn man tagtäglich arbeitet, viel arbeitet, auch im Erfolgsfunlist, was fehlt uns dann? Genau diese sogenannten Herz-Kohärenz-Phasen. Das sind diese Entspannungsphasen. Ich verknüpfe sowas immer mit Bildern. Du musst vorstellen, Herz kann sowas machen. Oder kann es so machen. Das ist der Unterschied zwischen Stress und zwischen Entstressen. Und wenn wir den ganzen Tag halt gefordert sind, ob es jetzt eine neue Situation ist oder im Beruf, wenn man einfach viel zu tun hat, reagiert jedes menschliche System unterschiedlich drauf. Und manche Menschen nehmen diesen Stress brutal auf. So in dem Moment, das Herz hat ja eine Verbindung zum Gehirn. Das ist ja immer alles irgendwie vernetzt. Und das kann ich dir vorstellen, wenn du jetzt dieses Trainingsgerät machst, siehst du eine genaue Auswendung, wann du in den grünen Bereich kommst. Faszinierend ist, das Telefon klingelt. Und du fällst vom grünen Bereich in zwei Sekunden in den roten Bereich, nur weil das Telefon klingelt. Das ist wirklich faszinierend. Das hat mich so fasziniert, wie dieses System, wie sensibel dieses System überhaupt reagiert. Ein gutes Beispiel, ich habe das natürlich auch dann irgendwann nicht mehr in Ruhephasen gemacht, sondern auch mal in Phasen, wo es extrem hektisch war. Jetzt gerade bei der letzten Umsatzextreme, da sind 400 Leute im Raum. Und da ist eine ganz tiefe, ganz hohe Unruhe drin. Dann habe ich es angeschlossen, habe es gemacht. Ich kam auch wieder in die Entspannungsphase rein. Es geht über die Atmung. Es geht nur über die Atmung, indem du richtig schön gleichmäßig atmest und die Entspannung reinkriegst. Und dann kommt der Cedric her und tippt mir nur auf die Schulter getippt. Und er hat gesagt, du bist jetzt gleich dran. In einer Sekunde vom Grün runter in Rot. Faszinierend. Und das sind ja Sachen, die immer unbewusst ablaufen, die wir gar nicht so richtig mitkriegen. Es ist vielleicht auch gut, dass wir das alles gar nicht mehr so richtig mitkriegen. Aber wenn du das halt immer hast, überleg mal, wie viele Menschen so einen Beruf haben, wo die es immer haben. Den ganzen Tag. Jemand an der Börse zum Beispiel. Oder jemand, der gerade ist, sein Geschäft aufzubauen und der unbedingt abliefern möchte. Wie oft er diese Phasen hat. Jetzt können wir zu denen sagen, weißt du was, scheiße auf deinen Job. Das wird er niemals machen. Lass deinen Job sein, du bringst dich um damit. Nein. Das sagen wir nicht zu ihm, sondern was sagen wir zu ihm. Trainiere deine Herzkohärenz durch Meditation. Und somit kann ich natürlich auch meine Coaches, die jetzt bei mir dann auch ihren Aufschlagen sagen, so, ich spüre das auch, wenn jemand eine unruhige Herzfrequenz hat, spürst du das sofort. Und vielen Menschen wird es dann bewusst, wenn sie was machen? Wenn sie es sehen. Wenn sie es visuell erfassen. Weil spüren tun die wenigsten und die wenigsten haben die Sensibilität, das zu spüren. Und da kannst du es in schwarz auf weiß zeigen. Diese Herzvariabilitätenmessung, beziehungsweise Messgeräte wurden erfunden ursprünglich, unter anderem auch um Psychopharmaka zu testen. Menschen, die einen Burnout haben oder Depressionen haben, die haben eigentlich eine Herzkohärenz, die ist nicht korrekt. Die haben innerliche Unruhe. Wenn die Medikamente kriegen, was sicherlich nicht gut ist, kommt man das Testen mit dem Gerät, ob die Herzfrequenz auf Arm lässt. Noch was dazu sagen. Die darf auch nicht auf die Millisekunde genau gleich sein. Und sagt im Asiatischen, wenn dein Herz so schlägt, wie der stetige Tropf, der immer im gleichen Takt schlägt, dann läuft irgendwas nicht gut. Sondern es gibt einen gewissen Tanz, muss es geben. Und diese Messparameter sind da drin. Und das zeigt das ganz genau, wann du bist im grünen Bereich, wann du bist im blauen Bereich, wann du bist im roten Bereich. Du kannst anfangen mit dem lowest. Das ist die einfachste Einstiegsmöglichkeit, damit du auch Erfolg hast. Die haben dann nicht gleich die höchste anschalten, weil Männer sind eigentlich so doof und schalten immer gleich das höchste an. Und merken, dass sie es nicht können. Und sind dann frustriert und haben noch eine schlechte Herzkohärenz. Deswegen fängt man immer mit der einfachsten Stufe... Es ist so, Männer sind so. Ich war genau so. Ich habe gleich mal Stufe 3 ausprobiert. Und habe gesagt, nein, du bist doof. Mach mal Stufe 1. Dann arbeitest du dich langsam nach oben. Und dann merkst du auch irgendwann, wie du relativ schnell, auch wenn du Stress hast, eben in die Spannungsphase kommst. Und du merkst das ganz genau, dass du über die Atmung machst. Beobachtet mal Menschen, die sehr gestresst sind und sehr unruhig. Ich vertreibe es aber, die atmen kurz und heftig. Menschen, die aufgeregt sind, jetzt bin ich mir überlegt, das ist den ganzen Tag so. Wie fühlen die sich abends? Völlig leer und es ist nicht mehr die Frage, wie lange das geht. Immer macht es pengen, dann sind die raus. Mit der Thematik beschäftige ich mich, ich persönlich gerade, im Moment extrem stark. Warum? Wenn natürlich auch ich zwischenzeitlich viele Coaches habe, die zur Tür reinkommen, weil ich ganz genau weiß, die müssen nichts sagen. Das siehst du schon in den ersten zwei Metern. Die sind auf Alarm gerade. Deswegen ist das gerade mal ein interessantes Thema, weil, was nutzt mir das für einen Coachchen, guten Trainingsplan zu haben, guten Ernährungsplan, wenn er innerlich völlig unruhig ist. Der klammert sich dann an dem fest, dass da seine Verbesserung entsteht, klammert sich an seinem Körper fest, dass der Körper jetzt besser wird, aber die Baustelle ist ganz woanders. Deswegen ist die Baustelle wichtig, unsere Seele, unser Wohlbefinden. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert alles andere auch. Warum bist du so vehement gegen Medikation? Medikation? Weil du dich abhängig machst. Aber ja nicht prinzipiell? Doch. Das ist nachgewiesen. Wenn du einmal anfängst, das heißt, man geht ja nicht her und arbeitet an seiner Ursache, sondern arbeitet an einem Symptom. Die Ursache bleibt ja die gleiche. Die Medikation hebt ja nicht die Ursache auf. Aber du kannst ja währenddessen unterstützen, dass die Medikation an der Ursache arbeiten. Ja. Und wie viele haben damit Erfolg? Keine 10 Prozent. Das ist das Problem dran. Warum? Weil durch die Medikation nimmst du ja auch den Druck raus, jetzt was zu ändern. Du nimmst immer gleich den Druck raus, jetzt teils dran zu arbeiten. Und ich kenne viele, die mit Medikation gearbeitet haben, aber keiner von denen ist tatsächlich richtig an die Ursache herangegangen. Sondern die arbeiten alle übers Pillchen. Wenn Menschen dabei sind, natürlich, du musst manche Menschen zwangs mit Pillen versorgen, weil die sich sonst zerstören. Das ist richtig. Aber die Ärzte gehen viel zu schnell daran. Bevor sie überhaupt erst mal sagen, was ist die Ursache überhaupt deines Übels, kommt sofort, war mir ja genau so, wie ich das gehabt habe. Dann habe ich gesagt, den Scheiß können sie selber fressen. Den fress ich nicht. Mach ich nicht. Kein Weg gesagt. Vorher mache ich alles, aber ich fresse diese Dinger nicht. Mach ich nicht. Und dann war ich beim nächsten Arzt und der hat zu mir gesagt, Andreas, so wie ich dich einschätze, machst du das nicht mit Pillen. Da habe ich gesagt, ich mache das nicht mit Pillen. Ich muss einen anderen Weg geben, weil ich bin da reingeschlittert und habe dafür gewisse Dinge gemacht. Also muss es auch den Weg geben wieder da raus. Und dann gibt es den Weg da raus. Meines Erachtens ist immer das Medikament natürlich so, dass es auch bei vielen Menschen diese Motivation nimmt, jetzt auch tatsächlich daran zu arbeiten. Weil dann haben sie ein ruhiges Gefühl wieder. Jetzt ist alles wieder gut. Warum soll ich daran arbeiten? Vielen Dank. Vielen Dank.